Meine Damen und Herren, werte Männer, werte Weiber, liebe Kinder, werte Rinder, es geht los! Gilgamesch, ich sag's dir ganz offen, du hast uns verraten, uns Babylonier, meinen König Hammurabi, meinen Berater Matsumannix, meinen Büttelpannischer und all die Leute, die da draußen vor den Toren des Präsentenpalastes stehen, emporschauen, mit großen, geweiteten Augen, mit mir gemeinsam rufen. Er hat uns verraten, Gilgamesch hat uns verraten. Ich hab ihm so viele, so viele Zeichen des Vertrauens geschenkt. Wisst ihr alles, Freundschaftsabwänder rübergeschickt, ich muss es euch echt mal zeigen, ich weiß nicht, wie ich es wieder runterkriegen soll, das Freundschaftstätouje bei mir auf dem Ob, ich kann es nicht zeigen, es wäre so peinlich. Dick, wisst ihr, wie das weh tat, wie groß das ist und wie infarbar. Gilgamesch Antlitz, riesen, soll ich zeigen? Soll ich zeigen? Gilgamesch Antlitz, riesengroß, mit Bart, hat einen großen Bart und einen großen Kopf, nimmt den ganzen Oberarm ein. Wie kriege ich das wieder runter? Lange Rede, kurzer Sinn. Angriff! Gilgamesch Antlitz, das lehnen wir auf jeden Fall ab. Vorschlag ablehnen. Vielleicht schließen wir ein Zukunft, ein Abkommen, das allen zusagt. Meint wahrscheinlich die Kapitulationserklärung, die er dann unterzeichnet. Ich habe sie beide schon erwähnt. An meiner Seite viele Leute, 472, Babylon, Darling, Darling, Gandhi plappert dazwischen. 472 Leute, die ja kurz vor Kriegsantritt sich versammelt haben, um mit mir gemeinsam vorzumarschieren auf die Städte unseres Feindes Gilgamesch. Und vorneweg die beiden Obergenerelle, Punisher und Matsumanniks an unserer Seite. Attacke, WB! Hallo zusammen! Attacke! Gandhi, was will der zwischendurch? Quatscht einfach dazwischen. In unserem Reich leben so wenig Menschen. Das merke ich mir für die Zukunft als zweiten Kasus Belli für den nächsten Krieg. Wie unfreundlich von dem leben so wenig Menschen. Was für eine Frechheit. In unserem Reich werden gleich mehr Menschen leben. Wir vergrößern es jetzt nämlich. Und wir sind großzügig. Es gibt Leute, die sind fremdenfeindlich. Die sagen, Leute, das geht nicht hier. Die sind nicht, was weiß ich, bio-babylonisch. Es kommt nicht auf den Passe an, angeblich. Es kommt auf das Blute an. Wir sind da ganz anders. Ich finde sowas faschistisch. Wir sind ganz anders. Wir sagen ganz offen, wir hobern die ganze Welt. Und alle Bürger werden dann, egal woher sie kommen, werden dann gleichberechtigt unserem Herrscher dienen dürfen. Also wir sind da ganz anders aufgestellt. Viel freiheitlicher. Jeder, der Hammurabi dient, ist genauso viel wert wie der andere. Das sehe ich ganz ehrlich so. Naturkatastrophe tritt auf ein starker Schneesturm. Autsch, das tut weh. Ich unterschätze den Wert militärischen Wissens nicht, aber wenn Männer sich bei der Kriegsführung sklavisch Regeln unterwerfen, werden sie scheitern. So, Saphos, liebe Grüße an dich und danke dir. Sieben Monate Abo. Flankierungs- und Unterstützungsboni im Kampf heißt, wenn zwei Einheiten nebeneinander stehen, Offensiv, Flankierung, kleiner Kampfbonus. Wenn wir angegriffen werden, zwei stehen nebeneinander, Unterstützungsbonus. Ist dasselbe Prinzip. Ab jetzt nutzen wir diese passiven Boni. Generalspunkte könnten wir uns holen und Kavalerieeinheiten schneller produzieren. Bevor wir reingehen, schauen wir uns folgendes an. Die Freundschaft ist abgelaufen mit Gilgi und es ist uns schnuppern. Dann ein heftiges Unwetter hier unten. Wie gut ist er, da noch keine Stadt gegründet haben. Wir haben ein Versprechen gebrochen gegenüber dem Sumerischen Reich. Das Versprechen unserer Truppen in der Nähe zu halten. Wir brauchen jede Menge Annehmlichkeiten. Ein Blick in die Stadtübersicht zeigt uns an, dass es Bürger gibt in unserem Reich, die im Augenblick unzufrieden sind. Ich weiß warum, weil wir immer noch nicht den Krieg erklärt haben gegenüber Gilgi. Da murcht das gemeine Volk. Das werden wir ändern gleich. Das gibt Annehmlichkeiten. Propaganda gibt immer Annehmlichkeiten. Bevor wir in die Regierung reingehen, schauen wir mal, ob wir auf den letzten Metern, Gilgi, hat er wieder Geld, nicht noch irgendwas abnehmen wollen. Er hat schon wieder 23 Gold. Das sollten wir nutzen. Was können wir ihm für die 23 Gold geben? Zuerst verkaufen wir ihm was. Wir verkaufen ihm 5 Gunst für 23 Gold. 23 Gold und wir geben ihm 5 Gunst dafür. Dann gehen wir wieder in die Abkommen rein. und dann holen wir uns für 10 Gold pro Runde, die wir ihm geben. Für 9 Gold die Runde noch mehr Gunst. Zurück. Mehr kann man nicht anbieten. Das heißt, wir lassen uns weniger geben. Wir holen uns jetzt 15 Gunst zurück und geben ihm in den nächsten 30 Runden jeweils 9 Gold dafür. Es sei denn, es kämen wir zu einem Krieg, aber unwahrscheinlich. Wir verstehen uns ja so gut. Deshalb werden wir ihm mit Sicherheit, sofern es nicht zu einem Krieg kommen sollte, in den nächsten 30 Runden immer 9 Gold geben. Versprechen wir. Heilige Heide! Ich schwöre auf das, was er am liebsten ist. Ich schwöre auf auf Gilgis Bart. Gilgi ist mein Bruder im Geister. Wenn dieser heilige Eid nicht wahr werden würde, verspreche ich, dann bin ich bereit, Gilgameschs Bart zu opfern oder sogar sein Leben. Glaubt mir. Ich bin vertrauenswürdig. Wir geben ihm 9 Gold 30 Runden lang und nehmen die 15 Gunst dafür. Und das reicht. Man kann es übertreiben. Kommt. Man kann es übertreiben. So ist gut. Und nun. Alles gut, ne? Jetzt fehlte eigentlich nur noch eine Sache, oder? Eine zünftige Kriegserklärung. Schaut mal, was hier steht. Ein sumerischer Handwerker mit drei Aktionen. Anders formuliert. Skla... Äh, die Sklaven ist so... Das ist... Das ist... Ähm... Leute, die bereit sind, uns freiwillig... Leute, die sich von uns befreien lassen wollen. Die nicht länger leiden wollen. Unter der brutalen Herrschaft ihres... Königs Gilgameschs, den sie verehren. Ach Gott, aus der Nummer kommen wir nicht mal raus. Erstmal Angriff. Ihr seht, es sind drei. Also drei Aktionen. Ein Handwerker-Trupp. Und da einer mit einer Aktion gibt. Vier Aktionen in Summe. Jetzt heißt es aber erstmal... Jetzt gehen wir erstmal auf Nummer sicher, falls Gandhi uns nicht mal leiten kann danach. Und verkaufen ihm... Die Gunst, die wir gerade uns geholt haben. Das wäre 31, nur... Das ist aber wenig. 31 durch 7. Da kommt mir so wenig vor. Und eben war 1 zu 5. Das heißt, wir werden eigentlich 7 mal 5, 35. Und das wären... Doch, ist okay. Kann man machen. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, oder? Das heißt... 120 für 17. Okay, Matze? Ja, okay. Jetzt erklären wir Gilgir den Krieg. Ach was, ich... Da brauchen wir gar keine großen Worte für. Gilgir? Freundschaftsabänder zurück. Aber zack, 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 zack. Und wenn das nicht schnell geht, dann holen wir uns ja erst die Hand, die sie trägt. Und dann das Band in einem. Ja, wo ist es denn? Ist mir mal ein Krieg erklärt, da unten. Dann wollen wir einen Krieg starten mit den Sumerern, aber hallo. Nimm das. Boah, ist das cool animiert. Ich habe seit Ewigkeit nicht mit den Sumerern gespielt. Das sah doch super cool aus, oder? Die Handbewegung und dieses arrogante... Oh Gott, sieht der bedrohlich aus. Schnell weg. Das kann ich mir nicht lange angucken. Das war super cool gemacht. Wie gut, dass wir gerade noch den Handel gemacht haben. Aber er lächelt schon wieder. Er ist immer nur unser Freund. Wie lange eigentlich noch? Vier Runden. So. Jetzt gucken wir mal, wie die Herrschaftsstatistik aussieht. Hier sind wir mit 180 und Gilgi auf dem letzten Platz mit 33. Das ist, weil Mulan weg ist. 33 Punkte. Ja. Was für ein gutes Timing. Der Ärmste. Das ist ja unfassbar. Mit dessen Bad wischen wir jetzt das Blut von unseren Stiefeln. Das ist ja großartig. Das ist ja zauberhaft. Der war uns haushoch überlegen. Haus hoch. Ja. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich bin total begeistert. Die 33 Punkte seien die Handwerker. Witzel, Doreenchen. Fieser Humor. Unglaublich. So. Ähm. Einmal gucken gehen, wie es hier aussieht. Wir können nicht feuern, weil ja keiner steht. Einmal hier hin. Und jetzt sollten... Können wir hier hin feuern? Nein. Ach, guck mal, Matzer. Das sind immer diese doofen Regeln. Wir können doch nicht mal feuern. Von hier. Bescheuert, ne? Weil die Stadt auf einer Ebene liegt und der Regenwald zwischen uns auch auf einem Hügel ist. Anscheinend. Wir hatten ja drüber gefachsimpelt eben und waren uns sicher, es geht. Ich hätte ja eher gedacht, wenn die unter uns liegt, kann man auf die runterfeuern. Man kommt ja nie hinter, ne? Immer wieder neue Überraschungen. Das ist echt schwierig. Also, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in Richtung Norden auf die Hügel. Ja. Wir ziehen hier erstmal eins vor. Zwei vor. Man kann sich auch daneben stellen. Das geht auch. Weil hier wird so schnell keine Einheit entstehen. Aber wir können auch direkt daneben... Wir haben zwei Punkte, wir können es auch direkt daneben stellen. Das ist eben eine Hügel mit Regenwald. Das ist perfekte Verteidigung. Besser als oben. Ja, okay. Das ist Hügel mit Verhalt. So, und jetzt? Ah, das dauert doch länger mit Bio-Wolf. Wir haben den Bonus. Nahkampfeinheiten fügen den Stadtmauern den vollen Schaden zu. Das ist hier relevant. Wir ziehen... Wir können direkt angreifen. Wir ziehen einmal hier hin. Wir ziehen mit ihm hier hin. Und jetzt greifen wir einmal an. Oder wir unterstützen hier links. Das wird nachher schnell gehen. Wir bräuchten den Schwertkämpfer hier links. Der braucht erstaunlich lange. Wir wollten noch die Regierungenformen können wir ändern. Wir wollten auf Oligarchie wechseln. Ja? Ja. Wir wechseln auf Oligarchie. Dann haben wir unsere Einheiten plus vier im Kampf und sammeln Erfahrung. Bio-Wolf nicht, aber die anderen schon. Und jetzt nehmen wir rein... Wir gehen erst mal gucken. Was noch in der Produktion ist. Hier entsteht Herkules. Da entsteht ein Held. Danach haben wir noch nichts eingestellt. Hier entsteht der Kornspeicher. Oligarchie haben wir... Ich sehe keine Militärkarte, die uns auf jeden Fall nutzt. Dann können wir auch Agoge drin lassen für den Fall des Falles. Dann nehmen wir den einen Glaubenspunkt aber raus. Wir nehmen die Stadtplanung rein. Damit wir viel Produktion haben. Dass der erste Gesandte Doppel zählt, das haben wir leider gerade verschenkt. Wir nehmen nämlich den charismatischen oder charismatischen Anführer rein. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir in die letzte Stelle rein. Und ich würde sagen, dass wir eine der beiden Joker-Karten nehmen. Die Frage ist nur, welche, Matze. Wir gehen mal gucken bei den großen Persönlichkeiten, wie es hier aussieht. Und wir stellen fest, Korea ist kurz vor einem großen General und kriegt den auch. Den großen Wissenschaftler ist langfristig für uns wichtiger. Ich schnappe uns den auch von der Nase weg, aber dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen auf Vorrat. Ich würde auf große Wissenschaftler gehen. Ja, würde ich auch gehen. Da sind wir ja später drauf auch spezialisiert und die Punkte verfallen ja nicht. Insofern wird uns das mehr helfen. Eingebung, charismatische Anführer, Stadtplanung und Agorga. Nickst du uns das ab? Chat, nickt ihr uns das auch ab? Schwarmintelligenz. Jawohl, WB. Wir können auch Professor Pantera in Richtung Vermächtnis was überlegen, aber wir haben ja noch gar kein Regierungsbezirk. Insofern ist das alles... Die Oligarchie brauchen wir jetzt. Wir brauchen zwingend... Das ist zu dünn gerade. Der B-Roll wird nicht mal lange da sein. Wir können jetzt Einheiten schnell raushauen, aber die kann er auch bauen mit der richtigen Karte. Ich würde es so lassen. Ja, es gibt ein Jawohl, WB-Emote, The Bomb. Punisher zeigte das gleich. Pantimimi hat es schon gezeigt. So, und jetzt probieren wir das nochmal. Und jetzt sieht es gleich viel besser aus. Dank der Oligarchie, der Herrschaft einer kleinen elitären Clicker, a.k.a. Punisher, Matsumanix, WB und fünf Kapos aus dem Chat. Findet fünf. Wir bilden zusammen die neuner Clicker dann. Ihr könnt euch gerne überlegen, wer die fünf sein werden. Wir bilden dann zu fünf, zu acht, zu acht. Wir bilden dann den Rat der acht. Die neue oligarchische Herrscherelite der Babylonier. Wir achtern, ja? Ob sie, darf ich eure Stiefel putzen? Ja, weil du es bist. Einmal Angriff... Achso, und vorher noch überlegen, ob wir... Wo wir die brauchen. Ich glaube, die brauchen wir eher hier links. Das heißt, wir ziehen hier drauf. So, und jetzt die Frage, wie machen wir das? Ich würde erst mit ihm anfangen. Übrigens, habt ihr gesehen? Schaut mal, das Herzsymbol hier. Die Stadt heilt nicht aus. Die ist belagert. Die Stadt ist dann belagert, wenn alle Felder um die herum in unserem... also in unseren Kontrollzonen stehen. Und die hat die und die in den Kontrollzonen. Die, die und die. Alle hier in Kontrollzonen. Deshalb hier oben belagert. Jetzt können wir entweder den Angriff hier drauf durchführen oder uns den Handwerker schnappen. Die Frage ist, ob die Stadt nicht ohnehin gleichfällt. Sie kann ja nicht feuern. Wenn wir auf Nummer sicher gehen, kann, wird der Handwerker abhauen. Das wäre auf Nummer sicher. Und das wäre... Ja, wir müssen auch Bio-Wolf heilschleicht. Wir wollen auch noch plündern. Hier drauf. Und wir können das Zikurat plündern. Mal gucken, was es bringt, wenn man ein Zikurat plündert. Gold. Mats, was meinst du? Hier rüberziehen. Nächste Runde Zikurat plündern. Dann müssten wir wahrscheinlich erstmal einmal angreifen. Was meinst du? Ja, also plündern würde ich schon sehr, sehr gerne. Tatsächlich. Auf der anderen Seite, Bio-Wolf heilt ja nicht. Und mit dem noch vielleicht gleich weiter zu ziehen in Richtung Norden. Er heilt schon. Also nicht so... Entschuldigung, er heilt, aber nicht so schnell. Achso, er kann nicht über eine Beförderung heilen. Das meinte ich jetzt genau. Wir setzen mal drauf... Ja, wir lassen... Wenn wir das Gold hier weg haben, wenn wir hier Gold, viel Gold abplündern können, können wir hier zum Beispiel das Monument kaufen, den Kornspeicher, was auch immer. Ich setze mal drauf, dass wir das gleich so viel Gold bekommen, dass wir hier einen Kornspeicher kaufen können. Da setze ich mal drauf. Dann weckse ich mal hier die Produktion schon mal aus auf Monument. Weil das der Kornspeicher ist wichtiger. Und ich setze drauf, dass wir uns den gleich kaufen können. Daher. Egal wo. Das werden wir schaffen. Ja. Hier wollten wir runter. Und wir wollten hier oben. Genau. Einmal hier rein. Und nachher gehen wir weiter Richtung rechts. Also die Frage ist halt... Was meint ihr? Was meinst du? Bezüglich der Plünderfrage. Ich würde plündern tatsächlich. Wir können hier die Stadt gleich auch nochmal mit der Einheit nördlich von Iridum mit angreifen, mit unserer Spezialeinheit und mit BioWulf. Und damit haben wir sie auch sicher und hätten dann somit auch noch den Goldbonus jetzt mit. So, jetzt haben wir die Militärtradition. Bei Militärausbildung nochmal einen Gesandten. Und Plündern bringt plus 50%. Wäre in sechs Runden da. Wenn wir nachher anfangen im Norden die Bezirke zu plündern, falls wir den nicht komplett erobern können, dann wäre das eine coole Karte. Die holen wir uns mal. Schade, dass wir den Gouverneurstitel nicht haben. Der war auch cool. Aber ich setze mal da drauf. Mit Umständen werden wir da sehr froh darüber sein, dass wir die haben. Mit ihm ziehen wir jetzt hier unten rein und decken auf, was hier noch so liegt. Das ist spannend. Hier ist eine Stadt mit einem Handwerker ohne Stadtmauer. Mit dem können wir auch gleich anfangen hier zu plündern. Zum Beispiel. Wo? Das ist die Loyalitätskarte. Wo sind denn auch Städte? Hier am Norden ist keine. Das müssen wir also nicht aufdecken. Ich würde erst mal nachher... Ich ziehe mal eins nach hier. Und dann können wir uns immer noch überlegen, in welche Richtung wir ziehen. Wir haben Krieg. Und wir haben Krieg. Alles okay so? Eine Runde weiter? Ich denke ja, ne? Eine Runde weiter. Wie lange lebt Beowulf noch? Acht Runden noch. Nach dem Rundenwechsel noch sieben Runden. Sieben Runden noch. Eine Stadt hat eine Stadtmauer. Isin hat eine Stadtmauer. Ja, stimmt. Dann werden wir wohl eher hier rüberziehen oder aufpassen müssen. Wer hat aufgepasst? Pizza-Pasta-Trompeten. Sieben Runden noch mit Beowulf für uns. Eine Runde weiter. Die Stadt feuert auf uns. Feuert auf den Bogenschutz. Nett hier ohnehin. Hier hätten wir aber die beste Deckung für ihn. Irgendwo steht... Ein unbekannter Spieler baut Machu Picchu. Und wen haben wir entdeckt? Achtus Ritterschlag Achtus. Den Herrn der Tafelrunde. Entdeckt wo? In unserer Hauptstadt. Das war ein Bauprojekt. König und Begründer der Ritter der Tafelrunde. Bekannt für seine Tugend und Ritterlichkeit. Seine Cameo-Auftritte in Monty Python-Filmen. Steht das da? Bin mir nicht ganz sicher. Achtus Ritterschlag visiert eine angrenzende Landmilitäreinheit. An, die ihr kontrolliert. Achtur verwandelt die Einheit in einen Queste-Ritter. Eine einzigartige schwere Cavalry-Einheit mit erhöhter Kampfstärke. Und zwölf Runden Lebensdauer kostet eine Ladung. Das ist er. Und jetzt ist die Frage, wie stark ist der Queste-Ritter? Das bekommen wir am besten hier. Ich hoffe mal, durch einen Link das nicht. Jetzt suchen wir hier oben mal den Queste-Ritter. Da ist er. 34 Nahkampfstärke. Das ist schon eine Menge. Wie stark sind unsere stärksten Einheiten im Augenblick? 34 Runden. 34 Lebensdauer. Ein Schwertkämpfer 36. Naja. Es ist cool, aber es ist nicht sensationell. Das ist leichte Kavallerie. Der schwere Streitwagen hat 28. Der kommt ein bisschen später, Achturz. Wenn wir Glück haben allerdings. Hey Leute, das ist Quatsch. Wir sind doch mittlerweile eine Epoche weiter. Das heißt, auf jeden Fall ist er Kampfstärker, wenn er im direkten Kampf ist. Wenn wir Glück haben, ist auch der Queste-Ritter schon stärker. Weiß das jemand, ob der Queste-Ritter, die Helden skalieren in ihrer Kampfkraft, aber auch in ihren Boni, haben wir gelesen. Im Laufe der Epochen. Gilt das auch für den Queste-Ritter. Weiß das jemand? Die Kampfstärke stärkt bei den Basis-Helden. Das wissen wir. Das ist klar. Stärk steigt hier auch mit den Queste-Rittern an. Also nicht, dass einer Speck kommt. Weiß das jemand? Die Betonung liegt bitte im Wörtchen Wissen. Juhu. Weiß das jemand? Matze, du weißt es auch nicht, ne? Ich weiß es auch nicht. Nee, ich hätte mich sonst gemeldet. Also tatsächlich habe ich das noch nicht ausprobiert mit König Arthrus. Es gibt dafür zu viele Helden und tolle Sachen, die wir gemeinsam erkunden wollen. Einer meint, er wisse es. Ein oder eine Cyan Lorix Dreams. Die Kampfstärke der Queste-Ritter steigt. Ja, wir sind da zwölf Runden weg, genau. Machen wir ein Save-Game und finden es raus. Keine Save-Game-Sachen beim Livestream und laden. Wir könnten Sabum-Kibitums in Queste-Ritter verwandeln. Jetzt wird spannend. Der heilige Bulle hat es geschrieben. Also nicht der heilige Bulle, der heilige Bulle. Das ist eine interessante Überlegung. Die Sabum-Kibitums als Wegwerfeinheiten, die wir für nichts im Handumdrehen gebaut bekommen. Und die dann umwandeln in Queste-Rittern. Das ist eine interessante Überlegung. Das kommt ja nicht nur darauf an, was bekommen wir, sondern auch, was verlieren wir. Und wenn das, was wir verlieren, sehr wenig ist, ist das, was wir bekommen in der Differenz, noch viel mehr. Das ist eine gute Überlegung. Das ist eine spannende Überlegung. Achtung. Irgendein Jahr, das ist eine coole Überlegung. Irgendwo seine Mauer entstanden. Wo denn? Im Küsch? Das kann sein. In Isin? Nee, wo ist denn eine Mauer entstanden? Ich weiß nicht, was er jetzt gerade meint. Weltwunder entstanden. Klar. Hier ist willkommener Regen. Ein Unwetter, das irgendwo wütet. Wir haben Achtes entdeckt. Danke. Ich weiß Bescheid. Wohnraum wird hier benötigt. In Maskane Sapir. Wer hätte das gedacht? Ein Bürger ist da. Und hier werden auch Helden sagen. Erforscht. Akkad hat Genf den Krieg erklärt. Und anscheinend ist Genf mittlerweile kontrolliert von Gilgamesch. Die liegen aber von uns weit weg. Das ist nicht schlimm. Mit Genf sind wir jetzt im Krieg. Da gibt es Schlimmeres. Und ansonsten mit keinem. Alles gut. So. Jetzt wieder hier hin. Und jetzt wählen wir die Produktion in Babylon. Jetzt haben wir eine Möglichkeit. Wir hauen weiter sinnlose Einheiten raus. Handwerker erobern wir gerade in irrem Tempo. Händler, das ist nicht der Augenblick dafür. Wir haben die Karte drin. Wir haben die Karte drin, dass wir einfache Einheiten viel schneller bauen. Das sollten wir gnadenlos nutzen. Die Frage ist wofür. Wir haben in gleich 20 Eisen brauchen wir für einen Schwertkämpfer. Das heißt, wenn wir anfangen, den Sammunkibitum zu bauen, wird uns daher umgewandelt in einen Schwertkämpfer. Der kann uns auch nutzen. Der ist aber langsam. Oder wir bauen noch mehr Bogenschützen. Wenn wir jetzt einen Bogenschützen noch gebaut haben, der ist auch schon angebaut, ne? Ne, der ist noch nicht angebaut. Haben wir ein oder zwei Bogenschützen? Einen. Einen. Bogenschütze oder Sammunkibitum? Wir checken das mal hier vor Ort. Wir gucken mal, was der Bogenschütze hier bewirkt gerade. Nichts. Der bekommt nur XP, wenn er drauf feuert. Also gegen Stadtmauern sind die Quatsch. Und gegen Landeinheiten haben wir im Augenblick Bio-Wolf und sind auch so. Guckt euch das mal an. Gilgamesch 36, 468. Was würdest du für eine Landeinheit machen? Schwertkämpfer oder Bogenschütze? Wäre das der dritte Bogenschütze für uns? Ne, der zweite. Also ich würde tatsächlich noch einen zweiten Bogenschützen uns besorgen, damit wir dann nur noch einbrauchen, wenn wir den Boost haben wollen. Dann sind wir da vorbereitet. Eine Alternative wäre noch ein Sperrkämpfer. Ich meine, dass es auch einen Boost gibt, wenn wir Einheit mit einem Sperrkämpfer töten. Ich weiß leider nicht aus dem Kopf, welcher Boost das ist. Aber... Dann hätten wir Pikiniere zur Verfügung und könnten das Huitekuteokali machen. Dann schleppen wir einen Sperrkämpfer mit, weil wir werden ja demnächst nicht mehr höchstens mit Barbaren kämpfen. Bauen den Sperrkämpfer und schleppen ihn mit und setzen drauf... Oder wir gehen erstmal auf Nummer sicher, weil die entscheidende Einheit für den Angriff auf Städten ist der Schwertkämpfer. Der haut die Leute weg. Wir wissen nicht, ob das reicht mit Bio-Wolf. Ich würde erst noch einen Schwertkämpfer und den mitschleifen. Sicher ist sicher. Ja, lass uns einen weiteren noch bauen. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, und den bekommen wir über den Sabon Gemittum. Der wird in drei Runden... Ah, in drei Runden! Ausgewechselt in ein Eisen plus zwei. Das heißt, der wird vorher noch fertig sein. Ist egal, dann hauen wir noch einen Sabon ab. Dann machen wir das so, dann bauen wir den Bogenschützen jetzt noch. Der ist doch in zwei Runden fertig, oder? Ja, der Sabon Gemittum ist zu früh fertig. Ich hätte gerne lieber statt des Sabon Gemittums jetzt einen Schwertkämpfer. Und der Schwertkämpfer steht uns zur Verfügung in drei Runden, weil dann haben wir die 20 Eisen, die er braucht. Der Sabon Gemittum wäre vorher schon fertig. Dann stellen wir jetzt den Bogenschützen ein. Also, die Alternative wäre natürlich, den Sabon Gemittum zu bauen und dann aufzuleveln mit Gold zum Schwertkämpfer. Der ist dann halt deutlich früher da schon. Wie teuer ist der denn? 160 Gold? Nee, das ist mir zu teuer. Wir haben ja auch Sabon Gemittums vorne an der Front, die können wir auch aufleveln. Wir fangen mal mit dem Bogenschütze, Speerkämpfer. Ich fand die Idee mit dem Speerkämpfer eigentlich sehr hübsch. Wir bauen den mal an und können nachher auf Sabon Gemittum umsteigen. So, und jetzt leveln wir hier einmal auf, durch einmal drauf feuern, um XP zu bekommen. Jetzt greifen wir mit ihm einmal an. Jetzt greifen wir mit ihm einmal an. Au, das tut weh. Aber danach ist die Stadtmauer fast weg. Wir machen das. Die Schwertkämpfer sind schon ein bisschen besser als die Sabon Gemittums. Sternwanderer, liebe Grüße an dich. Ganz liebe Grüße, danke dir. Hat dich erst den vierten Monat abonniert und hinterlässt einen sehr freundlichen Kommentar. Das ist sehr lieb. Liebe Grüße an dich. Saphos, jetzt erst gesehen. Liebe Grüße an dich, danke dir. Siebter Monat abonniert. Hallo Saphos. Den Rambok lassen wir hier stehen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt überlegen wir uns gut, in welcher Reihenfolge wir das machen. Hier wollten wir einmal plündern. Und es gibt 135 Gold. Wenn wir das nicht machen, dann ist die Stadt fast eingenommen. Und er hat immer noch genug Kammstärke. Der hier wäre fast drauf. Nee, der könnte auch schwächen. Er würde eher in die Stadt reinziehen. Er kann hier plündern, aber das wollen wir nicht. Das Trick plündern nicht. Ich wäre... Da hätten wir eine Mine plündern können. Kann er die... Nee. Ich würde es... Wir schwächen ihn ein. Ja, wir kämpfen einmal mit Bio Wolf. Aber ich glaube, ich würde Bio Wolf schon ein Feld nach oben schicken. Das heißt, mit ihm ziehen wir hier hin. Dann sollten wir die Stadt noch immer angreifen. Ah, dann klappt es. Doch. Mit ihm ziehen wir auf den Hügel. Danach hat er noch einen Punkt. Und dann ziehen wir runter nach Eridu. Dann steht nämlich unser Bio Wolf bereits auf der Straße und kann danach schneller zu Uruk rauflaufen. Matze. Ja, eine weise Entscheidung. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Die Belagerung gilt nicht mehr. Das ist mal nicht schlimm. Einmal hier drauf. Und er schafft es im Alleingang, oder? Oh, das ist nicht ganz klar. Guck mal hin. Schafft er das? Es ist mir nicht ganz klar. Aber ich glaube, dass der schafft das. Hier ist die Anzeige auch nicht anders. Hier wird einmal geplündert. Und mit den 293 Gold machen wir was? Hier vor Ort kaufen wir jetzt den Kornspeicher. Und jetzt ist in vier Runden der nächste Bürger da. Und jetzt können wir uns sogar überlegen. Herkules in neun Runden. Wir haben genug Handwerker, die wir runterschicken können, um hier das, hier können wir jetzt das Sägewerk entstehen lassen. In vier Runden ist es soweit. Ich ziehe mit ihm hier hin. Jetzt kann er vor Ort bleiben und kann hier mit der letzten Aktion wir haben einen Nahrungsüberschuss von drei. Entweder die Weide holen oder den Steinbruch. Und ich würde sogar die Weide holen. Beides bringt einen Produktionspunkt mehr. Dann haben wir den nächsten Bürger demnächst auch noch. Also mit ihm geht es jetzt hier hin. Und hier holen wir uns die Weide gleich. Auf einem Hügel. Und mit ihm hier, der hat drei Aktionspunkte. Er kann nachher. Nach der O-Punkt der Stadt. So, nachher. Gleich in wenigen Sekunden. Hier. Ne, das Sigurdat kann man nicht reparieren. Das ist ja gleich weg. Und jetzt gehen wir nach Eridur rein, Leute. Jetzt. Gilgi war so lange, war der mal unser Freund? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat uns immer Freundschaftsarmbänder aufzwingen wollen. Hat irgendwas von Tattoos geredet. Habe ich nie machen wollen. Na, meine Erinnerung habe ich mir niemals ein Tattoo. Ich kann mich an nichts erinnern. Und wenn, wollte ich das nicht. Ne, ne, komm. Wir holen uns die Stadt, Leute. Komm. Vergesst das mit dieser angeblichen Freundschaft. Rein in die Stadt, Leute. Ja, Gilgi, nimm das. Vertraue niemals seinen Babyloniern. Vor allem niemals Hammurabi. Und vor allem niemals seit dem Greisen bisweilen auf weisen Berater, der ihm immer ins Ohr flüstert. Hammurabi, glaub mir. Schenke niemandem mit einer Freundschaft. Sehr schön. Erido. Gehört uns. Die erste Beute und nicht die letzte. Ich weiß euch. Blühende Landschaften, die wir rauben werden, die wir reinmarschieren werden. Wir hinterlassen natürlich keine blühende Landschaften mehr. Und wir gehen immer weiter. Wir marschieren jetzt hoch mit unserem Helden. Rauf! Richtung zur Hauptstadt. Wir wollen nämlich das Herz des Reiches, wo einst Mulan rekrutiert worden ist. Die mörderische Mulan. Diese Möglichkeit, sie erneut ins Leben zu rufen, wollen wir Gilgit für immer rauben. Und dann ne Lars. Und dann schiff. Blühende Landschaften,